Schnell sein, die bestellende ist die NX 6996 und die 569. Ist auch mal ein schönes Mitbringsel an den Gastgeber oder an die Gastgeberin, wenn man irgendwo zu einer Grillsause eingeladen ist. Ja, Sie können sowas auch gerne mitbringen. Die Gastgeberin wird sich sehr darüber freuen oder der Gastgeber, weil sowas ist halt super edel, ganz elegant, ganz schlicht und man kann es halt vielseitig einsetzen. Das ist halt so eine schöne Decke. Wollen wir die mal hier vornehmen? Das ist auch eine richtig dicke Decke. Die hat so diese, wie nennt sich das? Flauschig, das Ganze. Guck mal, die ist ja riesig. Schauen Sie mal. Und wenn man die zusammenfaltet, kann man die eben auch schön zum Beispiel als Kopfkissen nutzen. Das ist natürlich ein Wahnsinn. Auch hier, die ist richtig groß. Guck mal, 1,80 Meter mal 1,50 Meter hier. Richtig schön, ganz toll gepolstert. Also die kann man richtig toll nehmen, wenn man unterwegs ist, für die Fahrradtour zum Beispiel oder dann auch für den Urlaub. Vielleicht machen Sie auch an der Küste das auch als Urlaub. Zum Beispiel, wenn Sie dieses Jahr nicht wegfliegen, machen viele zum Beispiel auch eine Campingtour, eine Radtour, dann nehmen Sie eine Picknickdecke und noch ein bisschen was zu essen. Da kann man das hier schön nutzen. Und das ist echt, wenn Sie es zusammenklappen, kann man das sogar als Kopfkissen nutzen. Also gefällt mir sehr gut. Ja, kann man individuell einsetzen, gerade für den Campingurlaub natürlich perfekt. Oder auch, wenn Sie Kinder haben oder Enkelkinder. Die Enkelkinder, wenn die zu Besuch sind, die wollen ja immer auch was spielen, die wollen rumkrabbeln und so. Und da muss man ja immer eine Decke drunter legen. Und diese normalen Babydecken, ich habe die Erfahrung gemacht, diese normalen Babydecken, die haben meistens nicht so eine schöne strapazierfähige Oberseite und sind so abwisch- und abwaschbar und haben auch nicht von unten nochmal so eine Isolierung. Deshalb, sowas ist da richtig, richtig toll. Ich zeige es Ihnen mal eben, kein Problem, weil Sie die hier immer wieder schön abwischen und abwaschen können oder waschen können direkt. Das ist natürlich optimal, oder? Optimal. 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 Vielen Dank.